Ain't nothing but a Gangster Party! Mittlerweile kriegt er auch schon graue Haare, weißt du? Ich muss sich auch wieder neu ratieren. Ich hab auch schon die ersten graue Haare gekriegt. Ich hab im Flomark Rasierer gekauft für 20 Euro und der ist im Arsch, gell? Weiß ich mein... Der funktioniert gar nicht. Vielleicht hat der Rasierer vorher nicht den Super Grape Soda getrunken. Ich steig die an, Alter. Und wir sind heute hier in Darmstadt am Heinerfest, neben dem Rathaus, wollte ich schon sagen. Und wir gehen später in den Tittenclub, ne? Gehst du erstmal ins Nordbad? Ich war letztens auch wieder im Nordbad. Mit der Teilhabekarte, mit dem Astra. Urpils, St. Pauli, Tittenklapp. Übrigens, Rebstock, Baden-Frankfurt wird neu gebaut. Das bauen die, ja, ja. Bis 2024 ist sie fertig. Ich war da, ich war da letzten Monat. Ey, weißt du was? Die bei mir in Nixhausen gegenüber bauen 22 neue Häufe. Später fährt er die Straßenbahn bis nach Frankfurt. Du kannst schwarz fahren. Du meinst S-Bahn, meinst du? Die Straßenbahn? Die bauen die Straßenbahn nach Frankfurt und Nixhausen. Die bauen da eine Straßenbahn? Ja, die fährt nach Frankfurt. Doch, bei der können wir von der Haustür. Die fährt dann über Langen und so. Ja, da hinten im Wald. Oder im Waldsee, wo früher die ganzen Goa-Partys waren. Weißt du, im Langener Waldsee. Da waren früher voll die krassen Goa-Partys. Von Wixhausen über Langer Waldsee. Sind da immer noch Rave-Partys und so? Sind da immer noch ab und zu Rave-Partys im Langen und Waldsee? Weil ich war letztens in Karlsruhe. Ich war letztens in Karlsruhe am Hasardeur. Ich kann da sogar hinlaufen. Und ich war da nur ewig nicht mehr da, weil ich die ganze Zeit nur zu Hause war. Weißt du? Und Gangster Heinerfest 2023. Was hast du dir ausgemalt? Geht da was ab? Und nicht nur Heinerfest, Schlossgrabenfest, Heinerfest. Weihnachtsmarkt ist auch noch. Kannst wieder Kühlwein trinken und so. Und der Pussy Club. Und der Pussy Club ist auch. Titten Club. Haha, Gangster. Haha, Gangster. Yeah, yeah, komm. Komm schon mal noch.